Musik 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 Engine fehlt noch Ja, ja das Das Schaut dann das Problem sein Ja Oh hier ist ja genug Holz Holz haben wir anmaß Oh ja Oh ja, also Holz haben wir Reichlich Wir snappen Ja, gut dann Irgendwie Genau hier gehen so langsam Die Pfeile aus Ich muss da mal kurz hin Okay, was fehlt dir noch von deinem Motorrad? Nur die Nur die ähm Ähm Ich weiß schnell Nur der Motor glaube ich Aber die auch nur Engine Ich glaube Okay Brauchst du die Mini-Ball-Sachen ja nicht mehr Ähm Bring die da aber mal mit Wenn du die da mitkriegen kannst Willst du die da mitschleppen? Ich hab noch drei Plätze frei Okay Also ich könnte noch Reifen, Shopping Corp Headlight Reifen und Shopping Reifen habe ich glaube ich hier Ja, das die Brauchen wir nicht Ähm Ähm Ich hab mal ein Kabel eingepackt Ja Brauchen wir Spiel Ingotts? Ähm Eine Hast ja Okay Irgendwas stimmt mit der Horde nicht Die Horde ist nicht wie Die Normale Horde Was mich jetzt nicht beschweren würde Aber Super 38 Pfeile noch Ich hab mal irgendwo noch ein Hund Also meine Zombies bewegen sich So ruckelig So ruckelig aber nur Ja war einer auch ganz komisch Krass Merkwürdig Wollen wir nochmal runterhüpfen? Weil das ist ja irgendwie nicht normal Ja warte ich komm einfach zu dir Ja Ja komm mal runter Ja Ein bisschen Biste denn schon Ah ja 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 yah Genau Ah ich würde das Auto hier vorne leer machen hier sehr machen und isen Weil Autos explodieren mittlerweile auch Uh Wenn die da doll draufhauen und die preceden hauen und den äuhm ja hier unten in den Kühlschrank wenn du reinkommst da habe ich da habe ich mal diese Baumaterialien reingetan Lager beim Baumarkain auf dem Kühlschrank damit sie schön frisch bleiben ja normalen Nägel nagelt sich besser ja alte Nägel nagelt sich besser grümpel dringend aufräumen aber das Schaufel und tun wo haben wir den Buch haben irgendwo gesehen Patron und ich glaube ich habe mich ein zu wenig für eine Storage Kiste ach warte hat sich gleich erledigt wenn ich da bin zwei vier sechs acht ein Holz ich habe siebenhundertfünfzig dabei ja da waren drei Schränke komplett voll mit Holz ok damit wäre dann dieses Problem auch gelöst dachte ich mir auch ne so dann machen wir da mal Essen rein und dann machen wir hier oben machen wir das machen wir das mal so rum dann lösen wir das hier mal jetzt das Problem mal da reinschmeißen und dann dringend von Papier und die da rein und das da rein 3D da hier ist ja eine Klippe ja ja genau genau einfach da runter gehen schön ähm ja da hinten leuchtet ein Licht wo das Licht leuchtet da ist dann meistens äh da ist ein Bär noch vor dir ne ja ich weiß ja und wenn du jetzt einfach mal ja 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 du kannst du ausgucken Tag alles aber nicht so schön eingerichtet hier ne noch nicht es braucht ja deine Hand hier in die Kiste oben alles was für Farmsachen sind Schaufeln Gartenhaus kommen da rein und Samen Heißbär Heißbär ich habe ein neues äh Bild für dich oh oh genau wie man nachher oder morgen oder hier rum fliegen achtet ich dachte mir hier wo du jetzt drin bist das Richter das Richter uns irgendwie schick ein dann machen wir die Fenster auch neu okay da kommt Bilder an der Wand wo jetzt dieser hässliche Schrank da drüben ist weißt du und dann hier eine schicke Tür rein dann mach ich ein bisschen Living Room dann dachte ich mir hier in den hier in den Gang packen wir unsere packen wir unsere Forges hin Irgendwer knurrt da draußen ja lass uns mal auf das Dach gehen hast du irgendwo noch Storage Boxen wo ich den ganzen Scheiß loswerden kann? äh hat sie gerade geklärt ja ja oha hier ist ja genug Holz drin was hast du denn? wo denn? hier in der Kiste warte 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 gerade ja Hunde 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 H hunde wir zwei erledigt davon such dir mal ein Bett erst dass du dir noch schnell ein Bett hinstellst ja gleich ich muss nochmal scheißlos werden dann werde ich mir ein Bett hinstellen ich hab hier zwei Betten stehen, ich stell die mal hier hin warte mal eins ich steh'n uns jetzt draußen warte mach ich gleich so du wollst Holz hier, in der ja Moment, 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 ich muss ich mal ganz kurz nehmen, das Leder von den hunden kriegen ach so ähm bestens am son'barm oh oh mehr, mehr Hunde es er ist die Runde einfach nicht laufen st wo das dringend ja da kommt zwei hunden die erneut eingesammelt dann habe ich erst mal neun Leder noch bekommen. Das ist ja quasi der schönste Lederlieferant, den du finden kannst. Du musst ja nicht viel machen. Einer von denen down. So, schön. Noch zwei, die liegt. So, okay. Ne, wir sind zurück zum Spaß hier. Hast du es heute schon gefunden, was ich dir eingetragen habe? Nein, noch nicht, oder? Müsste die untere sein, glaube ich. Was? Unterste, glaube ich. Nö, da ist jetzt nichts drin. Ah, ja, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Und in deiner Box überm Kühlschrank, da ist auch noch Holz. Cool. Das war's aber von dir drin. Ach, krass. Das hab ich komplett übersehen. Ja. Okay. Okay, wollen wir mal das Haus verschönern? Spikes draußen rummachen? Ja. Ja. Weg los. Du hast 1500 Spikes. Kannst du was anfangen, oder? Ja. Soll dran. Ähm. Gut, passt, glaube ich, zurück, weil wir haben nochmal so viele da drüben. Krass. Dann repariere ich mal ganz kurz eine Gartenbau. So. Ein Hund. Nehm dich des Hundes mal an. So. Du musst auf jeden Fall jetzt einen Motor finden. Oh, da ist noch ein Hund. Sind die Hunde zurück? Drei. Einer. Null. Einer. Ja. Ah. Ja. Dann ist das was passiert ist. Ja. 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 Okay. Ja. ich wollte doch vorhin Kisten bauen für Waffen aber da kommen noch mal zwei Hunde, was ist denn los, den Hunden, Leute? Waffenkiste, Waffenkiste Uriere, da kommt noch mal ein Hund Ah, Fehlerleim, da kommt gar keine Hunde Sag mal du, Zombie, du da stehst Ja, die stehen recht komisch, ich glaube wir müssen gleich mal kurz aus- und einloggen und dann gucken wir, was wir das irgendwie Das ist das Problem, die helfen, weil die bewegen sich nicht Wollen jetzt noch mehr Hunde oder was? Es ist ein Hund So, das machen wir hier mal, wir füllen hier mal hoch Block, 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 Block Munitionskiste und Offenteile, also, ähm, ich hab die Bolz, 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 Bolz Hey, die liegen genug draußen rum Ja, ja Oh, hier ist ein Bär Fleisch Komm nicht so schnell näher, Bär, komm schon Es ist recht, es ist damit, nicht in Aufbank So, ich brauche das, 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 das Was ich jetzt vorstellen, ich hätte eventuell einen Schritt nach hinten machen müssen Das ist ja, ist ja, skandalös Ja Skandalös Normalerweise beim Bär, ähm, machst du mehr als einen Schritt nach hinten Malerweise Ich wollte mich gerade im Kreis drehen und hätte den Bär noch besiegt Das wäre geil Ah, warte mal, ich wollte ja, ich wollte ja, ich wollte ja, Sprengkisten machen Haus hat ja einen Garten, mit einem Pool, cool Ja, das ist die Villa Ja, ist meins Hier haben wir gelootet So Das wird wieder aufgebaut und dann Ja Boah, nicht hier dran Wunderbar, also Hunting knife in grün Cool Ruhig, mein altes einfach weg Ähm, scrappen Oh, so ist mir scheiße dran So, essen Jetzt machen wir mal die Bieter da rein Kommt in die Medizinkiste Äh, da gibt Ränke und Wasser, jawoll Ist immer noch nur für Gründe drin So, das ist Medizin, das ist immer noch zu Medizin Medizin Das können wir gebrauchen Medizin Medizin Bücher mit reintun Bücher tun mal eine Tasche höher Äh, die Bieter da rein Ich würde mal eine Tasche höher Äh, die Bieter da rein Papier 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 Gut So Ähm Scrap So, schön Ähm Jetzt kommen wir mal drüben rüber Brass, Metall und Flyscraps Brass, Metall und Flyscraps Das kann man scrappen Scrappen Cinderblocks Mal mit rein Cool, so, Scrappingkiste ist auch fertig In der, in der, in der, eine Etage drunter So, ähm 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 Benzin Kleber, nein Benzin Dann kommen hier Bücher rein So Und dann kommen wir Und dann kommen wir Die ganzen Autorabteile hin Die wir brauchen Und ein Perkit Stapelt sich nur bis 100 Auch nicht schlecht So, das schön Läuft's ja eigentlich schon mal Das war's ja eigentlich schon mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bist du